Papa? Papa? Der hält alles in Ordnung. Papa? Kann ich euch etwas fragen? Okay. Welche Art von Schluss ist euch lieber? Kommt auf die Geschichte an. Was passiert in deiner? In meiner Geschichte ist ein Mann, er geht auf. Eine lange Reise und überwindet ein Hindernis nach dem anderen. Und auf der letzten Seite? Muss er sich entscheiden, lebt er sein Leben weiter im Exil oder... oder kommt er nach Hause zu dem, was früher sein Zuhause war? Dad, gibt's was, das du mir sagen willst? Wir alle bereuen etwas. Es ist noch alles offen. Warum reden alle von Dad immer nur als er? Als wäre er nicht hier. Ist er denn hier? Dad, Dad! Ich verstehe einfach nicht, was du sagst. Ich werde harte Entscheidungen treffen müssen. Du erinnerst mich an jemanden, den ich mal kannte. Wo warst du den ganzen Tag, Dad? Wach auf, Leo. Leo. Egal, wie weit du dich entfernst. Du bist immer du. Wo wach auf, Leo. Wo, Leo. Ich werde dich ohne deine Treppe. Wo war es die paso? Ich werde dich um die Zeit zu highlight.